hallo und so und schönes dabei bist du wieder spielen eine runde minecraft bad wars mit hintergrundmusik sogar ich war nicht so faul diesmal anzumachen aber es ist so laut schade aber auch ich werde den obs vielleicht könnt sogar passen weil mein mikro lauter ist aber gut so also es hat irgendwie keiner auf die abstimmung geantwortet deshalb habe ich jetzt selber bestimmt das schaffst du nicht so schnell das ist ungewohnt aber für mich leider weil ich noch nie das heißt noch nie nein okay das war's mit mir jeder typ ich habe ihn noch so ein opfer alter hat es knapp ja genau war das der oder war das weiß es wäre so lustig wenn es gerade sein bett gewesen wäre auch schade lol alter das ist so ungewohnt ich hätte vielleicht vor einer testrunde spielen sollen alles ist so groß muss doch die skalierung umstellen alter das war knapp habe ich ihn ja den weißt du und vernichtet okay tja also 30 fps jetzt ich habe das jetzt bestimmt weil keiner abgestimmt hat das nicht mein problem so ich habe mich umbenannt tatsächlich keine ahnung eigentlich warum bisschen mehr bisschen mehr keine ahnung mir hat das youtube hat einfach nicht mehr gefallen halt das war schon zeit so ich hatte vorhin so einen richtig geilen epic moment und warum schießt die mich denn ab du dummes stück scheiße Der Blau hat echt auch keinen Hirn Naja Ähm, und zwar Da war ich Okay, ich mach's einfach mal ein bisschen kürzer Ähm, ich hab halt mit einem Randomate sozusagen Spielt mir da weniger und Ähm Es war dann so, dass ich Mit einem recht guten Gegner Ey, du kleine Pussy Keiner geht Mitte Was haben die denn alle mit diesem Geht Mitte, geht nicht Mitte, deine Mama Mitte Die heißen alle gleich gerade Also auf jeden Fall war ich halt Im Definitiv mit so einem Halbwegs guten, wir hatten beide kein Bett mehr Und Ähm, ja ich hatte noch einen Fallschirm übrig Weil ich mir von 4 Gold immer 2 Fallschirme kaufe Einfach aus Gewohnheit Und da hab ich mir gedacht Hm, ich könnte doch einfach Suizid mitnehmen Und dann langsam mit meinem Fallschirm darunter gleiten Das wär auch eigentlich schon viel besser Ja, und das hab ich dann gemacht Und das hat Verdammt gut geklappt Ich kann jetzt leider gerade keine neue Musik anmachen Ach, really Das ist echt lame Tja, klappt halt nicht Ähm, ja Ich mach eben Musik an Der wird eh nicht runterkommen Oh, und das hat echt geklappt Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so gut klappt Er hat ein Schwert Ach schon, das ist ja meine Kiste Da sollte ich vielleicht mal merken, dass da nichts drum sein kann Ist er jetzt auf dem Weg zu mir Du, du Klopper Also so heißt das Lied Cool So, okay Oh, der macht's halt einfach Auf die Pussy-Taktik Aber diesmal wird das nix, mein Freund Warte, schreiben sie mal noch Ich hab echt einen Fragezeichen-Fetisch Ich hab echt in den letzten 20 Sitzen einfach immer ein Fragezeichen Am Ende gehabt Er geht's einfach noch zu Okay Ich bin grad ein bisschen konzentriert Tja Was machst du jetzt? Oho, er kommt Ja, er steht im Kopf Ich hab aber, glaub ich, ne Idee Alles geschafft? Ja Oh, Bro Tja Ich sag ja, im Antipositas ist ne Krankheit, die man nur so bekämpfen kann Und du holst dein Bett? Are you fucking serious? Der Typ kann das gar nicht überleben Nö, der ist tot Hab Spaß mit deinem Kollegen da unten Ich, ähm Hol mir ein bisschen Gold hier Tja Ja, was macht denn dieser Putex so? Oh, ja Ja, endlich Das hat irgendwie ziemlich lange gedauert Er ist einfach noch gestorben Oh, Alter Das hat geklappt Ich hab mit sowas von nicht damit gerechnet, dass es klappt Ey, das ist so ungewohnt Ich werd gleich auch wieder ein neues Liedern machen Keine Wange Da bin ich auf der sicheren Aber Ähm Ich will das jetzt gewinnen So unbedingt will ich das gewinnen Und er stimmt Das ist mein Letzte Er ist der Letzte Er ist auch das Letzte Oh, kennt das noch jemand? Das Letzte mit Ronnie Danger Der schlechteste Stuntman der Welt Das muss doch wohl noch jemand können Äh, Korn Kock Ja Genau Kock mal Den kann keiner verstehen Ähm Ich werd eben Musiker machen Boah, doch keine traurige Musik Das wird noch besser, keine Wange Ähm Ich werd mich auch demnächst mal vielleicht wieder ans Schneiden setzen Jetzt ist ja verlängertes Wochenende Ganz vergessen ist verlängertes Wochenende Was macht ihr denn so? Ich sitze zu Hause und spiele Minecraft Geilo Das klingt so hobbylos Ist der schon auf dem Weg zu mir? Ah nö, der ist gerade erst da Ich brauch nicht mal meinen goldenen Eppel Ich hab auch übrigens Ähm Es wurde irgendwie gefixt, dass das Chicken Einen vom Fallschaden schützt Wenn es noch so halb in der Sterbeanimation ist Das ist schade Äh Bin nämlich vorhin dadurch verreckt Okay, das sollte ich aber gewinnen Oh Au Au Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die Folge nennen soll Der beste Trick der Welt, oder was? Das geht schnell Oh scheiße Oh Du kleiner Sack Ein kleines Stück Scheiße Das schaffst du nicht Geh weg Ich hab eh noch einen Goldapfel Alter, ich hab mich mit der Hand so schnell gekillt Das war knapp Das war knapp Nee, er hat's definitiv nicht gecheckt War ich noch Stärke? Ich sollte noch Stärke haben Ja Hat er gecheckt, dass ich nicht tot bin? Ich glaube nicht Sehr schwer von Begriff Genau, das wollte ich vermeiden Ich wollte mich nämlich in den Block da reinbauen Okay, das war dumm von ihm Brandesias an Das bringt mir jetzt gar nichts Er wird hier 100% nochmal rein stübeln wollen Warum kämpfe ich eigentlich nicht so viel mit dem Bogen? Ich hab einen Bogen? Okay, jetzt kann ich echt gerade gerne das Lieder machen Ich würde gerne echt ein bisschen spannende Musik anmachen Ich bin ziemlich froh, dass ich mir da nochmal Blöcke gekauft Wie sollte das gerade funktionieren? Ich hab Stärke, oder? Ja, noch 9 Sekunden Ach, er ist auf meiner Plattform gelandet Und Hauptsache ich mach dasselbe nochmal Nicht runterfallen Lass das Ich muss auch mal einen kaufen Okay Jetzt hab ich erstmal kurz Zeit Boah, das war ein Kampf Krampf Auf jeden Fall haben wir unsere Rettungsplatte Viel Spaß Nein, da wollte ich die nicht hin platzieren Macht das eigentlich Spaß da drin? Hat man da drin Spaß? Nein! Fick mich! Hä, wo ist er hin? Egal, ich nehme sein Bett Dankend Toll! GG Ähm, wenn's euch gefallen hat Dann Alles klar Ähm Würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen Und Dann sehen wir uns auf dem nächsten Mal wieder Tschüss!